Wie geht es euch, Freunde? Es läuft auf dem Bauerausi. Jetzt wird der Schlamm weggeräumt, den es vom Gewitter gegeben hat. Mein Korall ist sauber gereinigt. Dann gibt es neues Material in den Korall, damit die Kühe wieder gut marschieren können ohne grosse Steine. Angeln an die Kühe is mit einem Schlamm, Es ist schnell an die Kühe zu tun, wie sie die Kühe zur высchenken, wie sie so viel größer mit der Kühe in die Kühe zu machen. Die Kühe hat Master kaum in den Karten geschoben, die Kühe hat nicht gemacht. So habe ich da einen Kipper geschüttelt, der da in der Deponie deponiert wird. So, jetzt hole ich da den Betonrecycling 022, um da unten reinzupacken. So, Betonrecycling abgeladen und gerade wieder Schutt, der da noch weg muss in die Deponie. Wird da geladen und der Schutt. So, let's go, jetzt geht's. So, jetzt machen wir nochmal ein paar Monate. Bis zum nächsten Mal.